Hey Leute, hier ist der nächste Z-Log. Warum die Woche gar nicht mehr Videos kamen? Ich war ziemlich erkältet. Und dann wäre es besser. Das heißt, die Woche wird wahrscheinlich wieder was kommen. Aber ich hätte so alle paar Minuten mir die Nase geschnaupt. Und das wäre, glaube ich, etwas nervig geworden. Ja, genau. Und warum ich denn das vorgefertigte Film Review gemacht habe? Ähm, Faulheit. Ich bin ganz ehrlich, ich war die Woche ziemlich... Also ich war zwar auf Arbeit, aber ich war halt in der Rest der Zeit ziemlich, ziemlich faul und erledigt. Ich habe halt nicht viel gemacht. Ich habe halt Serien im Hintergrund angeschmissen und so weiter. Sowas in der Richtung halt. Ähm, apropos Serien. Ich habe angefangen mal Breaking Bad zu schauen. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt drei Folgen gesehen. Und kann ja, dass das ein bisschen braucht, bis es startet. Aber jetzt war es halt nett. Aber jetzt nicht so gut, wie es die meisten machen. Aber wie gesagt, will ich jetzt nicht vorschnell vorteilen. Die erste Staffel werde ich mir eigentlich mal angucken. Ich habe Merlin ein bisschen weiter geguckt, aber irgendwie gefällt mir das immer weniger, wo ich die Hauptdarsteller recht sympathisch finde. Aber es ist halt... Es ist trashig, aber nicht trashig genug. Versteht ihr, wie ich das sage? Es ist jetzt nicht so wie Herkules oder Xena, sondern dafür ist es schon wieder zu gut. Und das macht das ganze Problem auch irgendwie geradeaus. Weil es ansonsten halt auch schon ziemlicher Quatsch ist an vielen Stellen. Ansonsten ja, ich habe ein paar Sachen angespielt. Bzw. nicht viel. Ich habe mal Canon Lynch angespielt. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen älter. Aber ich dachte einfach, guckste mal rein. Aber ich hatte das auch irgendwie noch auf dem anderen Steam Bibliothek rumliegen. Ähm... So, atmosphärisch gefällt es mir ganz gut. Gameplay technisch nicht. Ähm... Es ist halt Deckungsshooter, blablabla gedüns mit Story. Ähm... Viel Koop-Komponente, wie ich es verstanden habe. Wenn man das in Koop spielen möchte. Was ich denke mal den Reiz eher davon ausmacht. Ähm... Aber ist solide. Ich bin halt bloß schlecht in sowas. Au, schlecht in sowas. Daher... Naja... Was soll's. Ansonsten ja, ich habe ein bisschen Amelo weiter gespielt. Mit ein paar... Mit den... Mit den... Mit den Heroes und anderen Leuten und sowas. Ist halt, wie gesagt, da wie vorhin ein großes Ding. Und ansonsten... Habe ich... Äh... Wie heißt das jetzt? Xenodrifters. Relativ viel gespielt. Ist ein... Ähm... Geht es jetzt ja doch als ein Metroidvania Spiel. Im weitesten Sinn. Na doch. Das trifft es eigentlich schon ziemlich gut. Ähm... Recht simpel. Du hast äh... Eine kleine Figur. Und schaltest halt dadurch, dass du den... Lustigweise immer gleichen Boss, der immer mehr Fähigkeiten kriegt, äh... Besiegst. Schaltest du neue Fähigkeiten frei. Wie zum Beispiel, dass du dich in deinen U-Boot verfahren kannst. Dass du einen Raketensprung machen kannst. Dass du schnell rennen kannst. Und solche Sachen halt. Ähm... Weil du da ja auch immer das alles auswählst. Ist... Ähm... Ähm... Super Time Force U-Ultu. Habe ich den auch weiter gespielt. War auch ein Plus. Ähm... Super überzeichnet. Witziges Spiel. Ähm... Einen echt netten Idee. Und einem charmanten Pixel. Es gibt ja auch Spieler, die echt einen beschissenen Look haben. In dem Bereich. Oder eine beschissenes... Beschissene Aufmachung. Look klingt immer so... Ja, ich muss das jetzt in Englisch besprechen. Weil, äh... Ja, ihr versteht schon. Ansonsten... Ja. War jetzt nicht so viel. Also ich könnte noch Clash of Heroes auf... Das ist so ein... Es war glaube ich mal als Mobile Ableger nur geplant von den... My The Magic Spielen. Und es sind sehr Kibus auf My The Magic Reihe. Ähm... Gibt es aber auch auf dem PC. Hat nicht viel gekostet. Habe ich einfach mal reingeschaut. Nochmal. Ich hatte irgendwann schon mal eine Demo gespielt. Und... Ja, es ist nett. Es ist... Es ist ein schönes... Es ist eher ein Knobel-Strategie-Spiel als wirklich ernsthaft. Und jetzt kommt die Sonne raus und das Licht verändert sich. Und hinter mir ist alles irgendwie über... Überblendet gerade. Ne, ansonsten... Ich... Ich weiß nicht. Ich komme zur Zeit irgendwie nicht so dazu. Mich so an was... An was Größeres zu setzen. Und das ärgert mich eigentlich ein kleines bisschen. Ähm... Ja. Gut. Aber... Soll es soweit eigentlich auch gewesen sein. Mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich habe mich auch noch nicht mal an das Konichi-Video gesetzt. Ich wollte das überhaupt mal gucken, ob das Video-Schnittprogramm was ich da habe. Möglich ist. Es ist halt nur so eine Demo-Blablabla-Version. Ähm... Die... Zwar an und für sich... Also es ist... Wie heißt das? Lightroom. Ich glaube Lightroom ist das... Es heißt zwar, dass es ein recht gutes Programm ist. Also die kostenlose Version halt eher so... Ist... Oder irgendwie nach einem bestimmten... Nach einem bestimmten Zeitraum richtig näher wird. Also... Muss ich mal schauen. Um... Ob das damit geht. Ob eh nicht. Wäre schade. Aber... Kriege ich auch irgendwie hin. Also dann Leute... Habt euch wohl. Euer Simi. Ja. Ja.